Pokémon Perl Diese drei Pokémon mit, unser Staravia Level 15, unser Pampyro Level 17 und unser Stärke zur Trümmerer Macholo auf Level 6. Nicht wundern, wenn mein Handy andauernd immer losgeht. Ich halte es nämlich nämlich so, ja, ich halte es nämlich nicht so mit Ton aus. Natürlich schon. So, in der letzten Folge ist uns auch kurz, kurz vor Ende der letzten Folge ist mir auch der, das Gamepad, was ihr ja bestimmt von Gameboy-Time her kennt, das will ich nochmal kurz aufklären. Das hab ich ja in der letzten Folge in den Kommentaren geschrieben, dass das Gamepad wieder funktioniert aus irgendeinem unbekannten Grund. Bekannt ist er nicht, aber er ist unbekannt. Ging das Gamepad nicht mehr. Fragt mich nicht, was los war. Ich hätte gut, dass wir am Ende der Folge waren. Wie schon gesagt, ich hab so einen Notfall. Kann ich noch auf der Tastatur ein bisschen rumkleppern. Sonst natürlich, hab ich auch schon gewundert. Also wie ihr sehen könnt, ich kann wieder laufen. Und wenn ich schön auf A drücke, dann ist das halt der, äh... Ach, verdammt. Ja, da schaut sich grad jemand, äh, meine, äh, Formate an auf YouTube. Gerne auch, äh, empfehlenswert. Ja, ein bisschen muss ich jetzt mal aber trotzdem dann leiser machen. Mache ich doch leiser. Ich seh jetzt auch. Ich stelle ich auf Vibration. Ist jetzt am Schnuppel. Ach nee, ist ja grad hier meine Powerbank am Aufladen. Ist ja echt toll. So. Also, um nochmal jetzt nach knapp zwei Minuten domes Gelabere nochmal zurückzukommen. Wir kommen aus Erzelingen, haben unseren ersten Orden in der Tasche und wollen jetzt in die nächste Stadt. Dafür müssen wir hier in den Norden hin. Und... Oh, was ist denn hier passiert? Professor Aibe und Lucia. Ah, Walli, das nenne ich perfektes Timing. Diese Schurken geben einen Blödsinn von sich. Das ist unerträglich. Zeig ihnen bitte, was wir dazu meinen. Geheimnisvoller Mann. Oh, Pokémon-Professor, warum machen sie uns allein allen nur so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Hä? Sie sind doch auch ein Geschäftsmann. Und es ist so einfach. Sie geben uns ihre Forschungsergebnisse und wir sorgen dafür, dass ihrem Assistenten nichts geschieht. Jetzt muss man sich fragen, wer? Lucia! Walli! Tun wir uns zusammen und erteilen diesen miesen Typen eine Lektion. Uh, jetzt gibt's Bresche für Team Galactic. Galactica Rüpel und Galactica Rüpel möchten kämpfen. Es ist ein Doppelkampf. Unser erster Doppelkampf im Übrigen, muss man auch sagen. Da sehen wir mich oder besser gesagt Lucius und Lucia. So heißt ja dann der Rivale, wenn wir mal den weiblichen Charakter genommen hätten. Guck mal, Shellast und Staravia alleine jetzt durch die Bedrohung werden beide auch noch davon belastet. Finde ich auch so. Bedroher ist immer gut. Wenn man es selbst einsetzt, natürlich. So, wir machen es kurz und schmerzlos. Fluggeschlag auf Waumpel. Staravia macht es kurz und schmerzlos. Wenn wir jetzt ein Elektro-Pokémon hätten, würden wir auch Zubat schnell wegmachen. Aber ich weiß nicht, ob Shellast gegen Zubat eine Chance hat. So, und Staravia erreicht Level 16. Das ist auch schön. Lernt aber nichts. Und jetzt kommt Zubat mit Blutsauger. Klar war Shellast. Bestimmt sehr effektiv, oder? Ja, sehr effektiv. Aber zieht nicht viel ab, weil der Levelunterschied bei vier Leveln ist, aber trotzdem eigentlich auch nicht gut ist. Jetzt holt sich Shellast quasi die XP zurück. Aber was soll's. So, dann greifen wir wieder an. Wir greifen natürlich weiter mit Fluggeschlag an. Und dann müsste eigentlich Zubat weg sein. So sieht's auch aus. Das sieht doch mal gut aus. So kann ein Kampf gut losgehen. Im Übrigen entschuldigt mich, falls meine Stimme sich doch noch anders anhören sollte als in den letzten Folgen. Ich drohe zu... Ich drohe... Ja, meine Stimme droht zu verschwinden. Also ich hab das Gefühl, dass es so ist. Also meine Eltern sind hier selbst auch noch, sagen wir mal, ich wohne ja bei meinen Eltern immer noch, ha ha ha, Hotelmama, ich weiß, sind alle etwas erkältet und jetzt kommt das so langsam auch zu mir, obwohl ich das gar nicht will. Ja, aber ich hüte mich dagegen, indem ich hier alles ausschwitze und so. Ihr lasst uns keine Wahl, wir werden uns zurückziehen, denn Team Galaktik hat immer Mitleid mit Schwächeren. Ah ja, als wäre das ein alternativer Faktum. Diese Bande, sie nennt sich Team Galaktik. Wenn Pokémon sich entwickeln, geben sie eine besondere Energie ab. Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei um eine mystische Kraft, die außerhalb unserer Kontrolle liegt. Doch die Mitglieder von Team Galaktik scheinen die Energie für irgendwas nutzen zu wollen. In dem auch sei, Valdi, das war sehr gut, du hast wirklich Talent. Wie und, äh, wie du und deine Pokémon Seite an Seite gekämpft hat, ein schönes Bild. Es war richtig von mir, dir den Pokédex anzuvertrauen. Danke, lieber Professor. Ich würde jetzt eigentlich vermuten, diese geheimnisvolle Kraft könnte die Mega-Entwicklung sein, die wir ja erst in X und Y bekommen haben, aber ich halte meine Klappe das ist nur eine Vermutung. Ihr könnt gerne mal, wenn, ähm, ihr könnt mir gerne spoilern, sagen wir es mal so. Ich habe ja Perlen nur immer angespielt, aber nie durchgespielt und das soll ja sich mit diesem Let's Player ändern. So, ne? So, jetzt sollen wir weiter in den Pokédex arbeiten, ist natürlich klar. Damit ist der Weg auch jetzt fra... Oh. Oh, das war klasse. Wirklich, sehr gut. Exzellent. Ausgezeichnen. Oh, entschuldige, ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe ja etwas für dich. Eine Belohnung dafür, dass wir, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte. Wow, wir kriegen einen Modekoffer. Ja, wir können unsere Pokémon damit schön schmuckhaft gestalten, denn auch in Perlen und Diamant gibt es, ähm, Pokémon-Wettbewerbe, wie in Rubin und Saphir. Und ob wir die nutzen werden, ich glaube wohl eher nicht. Aber was sollen wir machen? Wir können natürlich unsere Pokémon schön kosmetisch gestalten, schön zu Models machen und kriegen dafür auch tolle Preise, aber das brauchen wir nun nicht. So, Staravia hat sich gut geschlagen, keine KP verloren, nur zwei AP verloren. Und, äh, es geht auch im Übrigen jetzt auch in, äh, Jubelstadt TV rein. Da gehen wir auch mal kurz rein, bevor wir dann zur nächsten Route gehen. So, und quatschen einfach mal alle an. Ich werde bald Werbespots im Fernsehen zeigen lassen, damit locke ich noch mehr und nehme mein Kaufhaus. Aha. Komm, wir zeigen unsere Pokémon. Lass uns kämpfen, Kindchen. Warum nicht? Dein Kampfgeist schwingt wie die Saiten einer Gitarre. Oh, oh. Bestimmt jetzt einer mit Level 30 oder so, ne? Ich hab da ein bisschen an. Zubat. Naja, Schallwellen für Gitarristen ist immer wichtig. 16. Oi. Passt ja. Gutes Training für Staravia und Pan Puyoro. Das wird doch echt toll sein. Wenn sich jetzt die Frage aufkommen sollte, wann ich neue Pokémon fangen werde, demnächst, wie schon gesagt. Also, wie schon, es sind halt nicht geradewegs die passenden Pokémon, die ich gerne in meinem Team haben will. Und ich bin ja nicht so der Fanatiker, der jetzt auf jeden KP achtet oder auf Angriff, Verteidigung. Ich nehm's einfach im Team auf und fertig. Die Pokémon, die ich mag und Pikachu gehört natürlich dazu. Es ist nur die Frage, ob wir hier an Perl ein Pikachu treffen. Ja. Das ist nämlich die große Preisfrage. So, Zubat. Ich besiegt 184 XP. Da kommt wieder ein Zubat. Ich würde mal wechseln auf Pan Puyoro. Pan Puyoro schon Level 17. Wie schon gesagt, Macholo ist nur für Zertrümmerer dabei. Das muss man ja auch mal erwähnen. So. Und das ist auch Level 16. Ein Level Unterschied nur. Aber das wird wohl normal vorangehen. Aber Glut zieht nicht so viel ab wie Flügelschlag. Das sieht nicht gut aus. Verwirrt. Ich glaube auch das erste Mal, dass Pan Puyoro überhaupt verwirrt ist. Wir setzen mal Kratzer ein. Und es... Ah, ich hab's geahnen können. Es lag in der Luft. Es lag in der Luft. Ja. Es roch sogar auch so danach. So. Ist nicht effektiv. Das ist klar. Pan Puyoro ist weiterhin verwirrt. Aber es kann Glut einsetzen, was mich natürlich sehr freut. Und es hat sogar gereicht, was ich auch sehr schön finde. 184 XP. Das ist Level 18 für Pan Puyoro. Yes. So. Ihr lernt auch nichts Neues dazu. Der Gitarrist Alan. Du hast mich geschlagen. Ich hab den Verstärkten dran. Jetzt hab ich's nicht zu einer lesen können. Egal. So. 384 Pokedollar haben wir noch dazu bekommen. Ihr seht auch, wenn wir jetzt wieder aufzahlen, wir haben jetzt wieder Nachmittag, weil es ein bisschen durcheinander gekommen, mein Zeitplan und alles. Aber was soll man machen? Die Trainer hier lieben das Kämpfen. Früher wurde hier Karaoke veranstaltet. Heute finden hier ausschließlich Kämpfe statt. Also können wir jetzt hier kämpfen oder was? Warum kostümierst du dein Pokémon nicht? Im ersten Stock haben wir eine Garderobe. Schmücke dein Pokémon mit hübschen Accessoires. Naja. Will ich nicht unbedingt. Sie zeichnen auf, wie viele Kämpfe du in Folge gewonnen hast und wie viele Pokémon du fangen konntest und vieles mehr. Im zweiten Stock kannst du dir eine Aufzeichnung ansehen und vielleicht auch die anderer Trainer. Dann gehen wir mal in den zweiten Stock. Was haben wir denn hier? Der Star von morgen. Das bist du. Dein Pokémon strahlt es aus. Hier, ich habe ein Geschenk für den zukünftigen Star am Himmel. Eine Panflammaske. Oh, wie toll. Tada. Panflammaske. Ich hoffe, du wirst viele Accessoires für deine Pokémon sammeln. Ja. So, und hier sehen wir ein Fernsehstudio. So habe ich im Übrigen bei Sims immer wieder, wenn ich mal so Lust hatte, mal so ein Sendezentrum, also einen Fernsehsender zu bauen, einfach mal bei Sint so stumpf aus, weil ich es wollte. Ne, so sahen dann auch die Studios aus. So ungefähr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Welches Accessoire passt wohl am besten zu meiner heutigen Kleidung? Naja, kann ich auch nicht beantworten. Gehen wir einfach mal weiter, mal gucken, was uns in der nächsten Etage erwartet. Eigentlich wollten wir nicht so lange hierbleiben. Was haben wir jetzt hier? Der Raum für die Gruppenklassifizierung ist in der Nähe der Treppen. Der Raum gegenüber ist der Raum der internationalen Klassifizierung. Wahrscheinlich mit Internet, weswegen wir das nicht machen können. Wir spielen ja über einen Emulator. Ich habe etwas Großartiges herausgefunden. Wenn man viele Pokémon tauscht, hat man eine höhere Chance, die Pokémon-Loterie zu gewinnen. Ja, stimmt. Die Pokémon-Loterie gibt es auch. Hey, Duda, wie geht's dir? Ich bin der Produzent hier. Siehst du auch fern? Verrätst du mir deine Meinung über die Fernsehsendungen? Also, wenn es dir über RTL geht, sage ich nein. So. Jetzt dürfen wir wieder was reinsetzen und das ist ja auch so früher so gewesen bei Rubin. Wollen wir empfangen. Was haben wir denn so? Fein. Reicht eigentlich. gibt Formulierung nur ein. Gib eine Formulierung, ein Wort ein. Also hier. Fein. Fein. Feinfreude. Hä? Feine Freude, könnte man sagen. Also, das ist auch etwas. Vielleicht nicht die Folge so. Feine Freude. Oh, echt? Das ist in der Tat interessant. Nun, welchen Eindruck hinterlässt das Fernsehen bei dir? Machen wir mal hier. Wir können auch hier unten schreiben mit dem... Äh... Das können wir natürlich auch in Buchstaben eingeben. Machen wir mal A. Ähm, Adrenalin. Äh... Was können wir denn noch nehmen hier? Z. Äh... Adrenalin zuschauen. Ja, da kriegt man Adrenalin beim Zuschauen. So. Ist auch sehr schön. Ich werde die Antwort sprechen. Schauen in Zukunft. Jubelstatt TV. Naja. Habe ich da jetzt so groß begeistert von bin. Aufzeichnungen von Rekorden sind klasse. Sie erzählen uns Geschichten. Man spürt richtig die dramatischen Geschichten hinter den... all den Zahlen. Ja, ist eigentlich auch wahr, ne? So Rekorde... So Rekorde sind meistens da, um gebrochen zu werden. Das ist sowieso klar. Aber man muss auch immer wieder dran denken. Meistens sind Rekorde... Werden Rekorde immer übertroffen. Und auch, ähm... Meistens auch sehr übertrieben, was fast mit dem Leben kostet, ne? So. Alle können mitmachen, heißt das Motto unseres Fernsehsenders. Ist das ein... Ist das ein Call-TV-Sender? Ja, okay. Es kam 2005 raus. 9 Live existierte noch. War geradewegs in seinen Hochzeiten. Naja. Wer weiß. Glücksspiel ist auch in diesem Spiel ja verboten. Das ist der Geschäftsführer. Deine Heldentaten sind sagenhaft. Wir werden deine Taten über unseren Fernsehsender der ganzen Welt mitteilen. Und das ist nur eine aller Möglichkeiten. Harpf. Yeah. Von dem PC können wir nicht. Okay. Okay. Also. Jubelstadt TV stalkt mich. Naja. Was soll's. Ich weiß auch nicht. Nun. Dann werden wir jetzt auch mal langsam aufbrechen in die nächste Stadt. Wir gehen jetzt ins Pokémon Center. Und dann werden wir mal weiterschauen. Also das ist Jubelstadt immer noch. Da war der Sender Jubelstadt TV. Am meisten. Die meisten kleinen lokalen Sender haben wirklich den Namen ihrer Stadt drin. Also. Ich kann mich dran erinnern. Es gab ja mal Köln TV. War ja dann für Köln und Umgebung. Und es gibt ja auch noch den Regionalsender München TV. Es gibt den Regionalsender Hamburg 1. Der hat aber nachher das Wort TV nicht drin. Es gibt TV Berlin. Und so weiter. Es sind viele Fernsehsender, die halt natürlich geradewegs ihren Standort dann den Namen nehmen. RTL unter anderem. Jetzt mal ein bisschen klugscheißer wissen über den, sagen wir mal, nicht so beliebtesten Sender der Welt. Hat den, heißt ausgeschrieben Radiotelevision Luxemburg. So. Damit haben wir ein bisschen Update Medien, sagen wir mal, ein bisschen dazu gesetzt. So. Und wir treffen wieder auf wilde Pokémon. Neue Pokémon, unter anderem ein Knospi Level 4. Haben wir eigentlich schon gesehen, glaube ich. Ich weiß es nur nicht. Können wir mal versuchen, es zu fangen. Machen wir mal Tackle. Ich hoffe ja, wenigstens die schwachen Attacken bringen etwas. In dem Falle nicht. Schade. 38 XP, aber dafür, warum nicht? So, da hinten ist ein Item. Item, 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 item. Item, lupen, lupen, lupen. Paraheiler. Ja. Halt, paralysen. Das muss man eigentlich gar nicht mehr erklären. Wenn ihr schon hier seit fünf Staffeln zuguckt. Na, ist ja die fünfte Staffel. Ich habe ja behauptet, es wäre die fünfte Generation, aber manchmal kann ich auch pures Zeug labern. Pures Zeug, dummes Zeug. Pures, dummes Zeug. So. Ein Shinox Level 4, ein Elektro-Pokémon. Da machen wir natürlich ruckzucki. Das kann eventuellerweise statik. Oder? Gut. Kein Statik, das ist gut. Oder doch? Nein. Gott sei Dank, da haben wir wenigstens Glück gehabt. So. Okay, ist nichts Besonderes. Ne? Aber was soll man machen? Trainer sind aber hier. Das ist schon mal was Schönes. Oh, ein schwach, schwächlich, schwächlich wirkender Trainer. Willst du gegen mich antreten? Ist das eine Angeberin? Ne, nur eine Göre. Sabina. Oh Gott, Bidiza. Wollt ihr mich, willst du mich verarschen? Bidiza? Warum nicht gleich? Anton. Zum Spaß, aber auch egal. Bidiza Level 7. Dann werden wir mal schauen, was wir machen können im Zugenschlag. Mehr auch nicht. Ich glaube, dann ist auch schon vorbei, der Kampf, ne? So sieht's aus. So wollen wir es auch sehen. So schnell kann der Kampf auch vorbei sein. 87 XP. Und das ist das, was wir auch wollten. Sehr fein gemacht. So. Da ist, glaube ich, schon der nächste Trainer, weswegen wir dem mal kurz ausweichen wollten. Naja, wird wohl nicht. Mein Papa hat mir zwei Pokémon gegeben. Sie werden für mich siegen. Ob sich da dein Dad nicht mal ein bisschen unsicher ist. Entschuldigung. So. Padua. Oh Gott. Kap, 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 kap. Ja. Platscher. Nix geschieht. Ist wirklich so. Wie kann man Platscher einsetzen? Was hat das für eine Wirkung? Ich weiß es bis heute nicht. Ich spiele seit was? Seit mehr als 15 Jahren Pokémon. Und ich weiß immer noch nicht, was, was, was Platscher bewirken soll. Wirklich. Leute. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Oh. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, welches Pokémon kommt, aber ich glaube, es ist... Oh, Starrerlili. Ja, guck mal, Starrerlili. Jetzt kannst du mal aufpassen, wie deine Entwicklung aussieht. Solltest du je Level 15 erreichen. Level 14 war das, glaube ich, ne? Ich weiß es schon nicht mehr. Aber das Starrerlili konnte wenigstens mal zusehen. So. Mal nur kurz. Das war's. Ja. Vielleicht waren das auch die einzigen Pokémon, die der Vater hatte. Im Übrigen in Ziprofrute 204. Hier können wir nichts machen. Aber wir können hier weiter nach wilden Pokémon mal suchen. Und da haben wir einen Bediza. Jetzt habe ich sie überhaupt gefangen. Ich habe noch nicht mal einen Bediza gefangen. Wie schlecht bin ich denn? Na, ich will jetzt auch nicht so großartig angeben, aber trotzdem. Dass ich noch keinen Bediza gefangen habe, das ist schon ein bisschen peinlich. Obwohl es eines der ersten Pokémon ist, die man hier sieht. Schauen wir mal, ob es einen Tackle überlebt. Das hat das Knospi ja vorhin ja nicht gepackt. Weil die denken einfach mal dran. Deine Pokémon sind zu stark. Oder die sind einfach... Ja, die sind einfach zu stark. Kann sie nichts machen. Und guck mal, ein Starrer-Lily. Ist das nicht knuffig? Ja? Ist das nicht knuffig? Ja. Also das ist jetzt Level 17 für Staravia. Wechsle ich gleich mal wieder auf Panpyro. Obwohl ich bleibe bei Staravia. Mache ich Staravia auf 20, dann Panpyro dran auf Level 20. Dann werden wir auch schon wahrscheinlich ein paar Pokémon mehr im Team haben. Also wir werden jetzt erstmal bei Panpyro und Staravia bleiben. Das wird sich jetzt, sagen wir mal, in der nächsten Zeit nicht so viel ändern. Das ist auch eine Trainerin. Okay. Kommt man wieder das Pokémon vorher? Nein. Entschuldige, aber dürfte ich dich im Einkampf picken? So muss man fragen. Einfach mal, darf ich mit dir kämpfen? Ja? So auch wenn du mal, weißt du, so ein hübsches Mädchen siehst, einfach mal sagen, darf ich mal mit dir reden und darf ich dir mal sagen, wie schön deine Augen sind oder so? Und damit sind die Augen gemeint und nicht die Brüste. Schwein. Spaß muss sein. So, Knospi, Level 7, Flügelschlag weg. Ja. Das Thema ist gegessen, ganz einfach. So, Powerbank ist voll. Ja. Im Zeitpunkt dieser Ausgabe bin ich nämlich weg gewesen, muss man eigentlich sagen. Weg gewesen, das klingt auch schon so komisch, ne? Ich war weg. Ne? Das war super. Denke ich jedenfalls. Also, das kann ich jetzt so im Zeitpunkt nicht sagen, aber egal. So, weiter geht's. Ist das ein Trainer? Ne, in der Höhle blockieren viele Felsen den Weg. Ich denke aber, dass ein Pokémon in der Lage sein müsste, diese Felsen aus dem Weg zu räumen. Das ist der verwüstende Pfad. Da sehen wir es. Einmal ein Gegengift gefunden. Ich glaube, wir gehen erst einmal nach oben, weil hier geht's direkt weiter. Hier kommen wir eh nicht weiter. Also, wir brauchen hier Surfer. Ich hoffe, wir sind wenigstens auch unter den Steinen Pokémon. Ebenfalls nicht. Aber da gibt's wenigstens ein Item. Jetzt kommt kein Stein. Nein, ein Zubat, was wir schon mal gefangen haben. Wenigstens ein Zubat, aber kein Gebietzer. Starrer wird aber ordentlich die XP dazu gekriegt. Hier die 17. Aber was sonst. Zubat weg. Wollen wir mal wenigstens zu dem Item hin. Felsgrab. Nice. Aber ich werde es nicht Vampyro beibringen. Ich glaube, das kann's auch nicht leeren. Dafür bräuchte ich ein Gestein-Pokémon. Also beispielsweise Kleinstein. Oder ein Onyx. Was auch toll wäre. Aber das haben wir im Moment nicht im Team. Wir haben's wahrscheinlich schon gefangen, aber wir haben's nicht im Team. Wir haben's ja nicht mit dabei. Weiß ja jetzt auch gar nicht, ob wir jetzt nur für diese Höhle hier noch Zertrümmerer brauchen. Aber wir werden mal schauen, ob es klappen wird oder nicht. Warum will ich wieder rausgehen? Komplitter Schwachsinn. Ich muss hier lang. So, Zertrümmerer wird eingesetzt. Klar ist, dass es unser Macholo das kann. Sagt man Macholo oder Macholo? Also ich hab früher Macholo gesagt. Ist eigentlich auch richtig. Macholo. So wie es da steht. Zubat. Man sagt ja nicht Zubat. Star-Avia. Na, Star-Avia. Star-Avia sagt man ja. Nicht Star-Avia. Das ist der Star einer Tankstelle. Avia gibt's ja. Oder Avia heißt sie ja. Avia. Also ich kann auch jetzt gerade das Merkmann puren Mist erzählen. Auch wenn wir schon fast mit der Folge durch sind. Ui, das seh ich jetzt schon gerade auf der Zeit. Ist auch nicht schlecht. Der will nicht kämpfen. Ziehst du verschiedene Arten von Pokémon auf. Wenn du Pokémon eines Typs besitzt, wird es irgendwann schwer für dich gegen Pokémon, die gegenüber diesem Typen im Vorteil sind, zu bestehen. Natürlich hab ich mehr. Was soll das? Oh, eine Trainer. Lass uns kämpfen, während wir den Duft der Blumen genießen. Hä? Haschisch? Ach, guck mal, eine Aroma-Lady. Sarah. Und schickt Knospi wieder in den Kampf. Aber wir werden hier gleich mal in den Kampf wechseln, weil sie zwei Pokémon hat. Wäre auch mal wieder ein Vorteil für Panpyro, um mal Knospi mal ordentlich Feuer unter dem Hintern zu machen. Und es ist weg. So einfach. Noch sind ja die Kämpfe richtig schnell, aber das wird sich jetzt in den nächsten Folgen zeigen, wie gut ich eigentlich meine Pokémon trainiert habe. Kigugi! Ist das nicht die Weiterentwicklung? Ich glaube nicht, oder? Kigugi? Kennen. Kigugi noch nie kennen wir lernen. Wollen wir mal schauen. Ne, ist ein anderes Pokémon. Okay. Blut. Ist aber ein Pflanzen-Pokémon. Meistens kann es auch passieren, oder ich weiß gar nicht, ob es so ist, dass die meisten Pflanzen-Pokémon auch Wasser-Pokémon sind. Was? Kann passieren, es gibt ja auch Feuer-Wasser-Pokémon. Vulcanion, als Beispiel. So, was haben wir hier? Einen Aufwecker. Aber was soll's. So, dann werden wir jetzt erstmal hier ein bisschen bleiben, denn wir sind gleich schon am Ende der heutigen Folge. Und wir haben wieder eine Chance, Knospi zu fangen. Das eine war auf Level 4, jetzt ist das hier auf Level 6. Also ich hoffe mal, jetzt schaffst du es wenigstens den Tackle zu überleben, weil wenn nicht, dann drehe ich durch und werde ich gleich einfach mit Pokébellen bewerfen. Das Problem ist, aber ich hab da auch fünf Stück dabei. Ja, sag mal, anscheinend eins der schwächsten Pokémon überhaupt. Ja, ist wohl so. Wenn ich noch ein Knospi komme, fange ich es jetzt einfach. Hinter auch den Komiker Bill Knospi. Ah, ah. Ja, damit ist auch die Flachwitzequote für heute bestätigt in diesem Let's Play. Gut, komm, ich werfe jetzt einfach stumpf einen Ball. Das muss jetzt mal auch einfach mal sein. Bälle. Wir haben auch noch mehr Bälle. Wir haben die auch alle gefunden. What? Wachstum. Uh. Der spezielle Angriff steigt. Aber der Angriff ist durch Bedroher gesunken. Ups. Egal. Ist egal. Das ist Schnuppe. Leute, ich kann schon nicht mehr. Nein. So schlimm geht es mir auch. So, den Käfersammler machen wir noch. Jetzt fragt man sich. Woher weiß er, dass das ein Käfersammler ist? Was steht da wohl? Sag mal, was hältst du von Käferbogen worden? Nicht viel. Außer Raupi. Raupi ist gefährlich. Raupi. Zirpruse. Warte mal, ist Zirprise nicht die Weiterentwicklung? Müsste doch sein, ne? Denke ich mal, ne? Müsste, glaube ich, sein, schätze ich mal. Wer es weiß, kann es mir einen Link von Poké Wicke oder so. Ich habe jetzt keine Müsst aufzumachen in Kommentare schicken. Und weg. So. 81 XP und Waumpi. Hui. Also kein Raupi oder so, oder Hornli, sondern ein Waumpi. Ich glaube, Raupi kriegt man ja nicht. Ich glaube, Hornli auch nicht. Werden wir im Laufe der nächsten Folgen ja mal sehen. Ein Wochenpunkt. Entschuldigung. Sollte es nicht schon längst ein Shanlokko oder ein Panikon sein? Naja. Wer weiß, wer weiß. Besiegt. Beendet. 81 XP. Der Käfersammler Matthias hat Pech gehabt. Ja, die Vorzüge von Käfer-Pokémon kann er nicht erklären. Ja, ja, ja. So sieht's aus. So. Wir bleiben hier stehen, denn direkt gleich dahinter, neben den beiden Zwillingen und dem Gras, ist schon der nächste Ort. Deswegen wir aber jetzt schon in dieser Folge, ähm, schon mal, sagen wir mal, einen Stop machen und euch auf die nächste Folge hinweisen, die natürlich auf YouTube und auf derchotv.de zu sehen sein wird. Deswegen sage ich trotzdem nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Daumen rauf und ein Abo wäre nicht schlecht. Kommt der jetzt auch irgendwie eingeblendet. Sonst, äh, sei es gesagt, jeden Montag auf YouTube und auf derchotv gibt es Let's Play Pokémon Feuer Rot. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder oder in anderen Videos wie Gameboy Time, Let's Play Sims 3 oder halt den Info von unten. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.